So, guten Morgen. Wir fahren jetzt nach Bremen. Ey, das Wetter ist unnumal kacke, es schneit halt einfach und das ist halt für uns gerade einfach ein bisschen beschissen. Weil wir sind auch gut in Zeitdruck, weil unser Zug kommt irgendwie in 20 Minuten. So, wir sind endlich in Baden-Württemberg angekommen. Joga, meine Finger, die sterben, das ist richtig übertrieben. So, also bis jetzt den Zug angekommen, wir mussten halt gut Eier machen, wir haben fast verpassen. Ey, du sagst gut Eier machen, wir mussten Todesstratzen. Wir sind so schnell gefahren, wir mussten uns so beeilen, dass mein Durstlöscher immer noch nach Zahnpasta schmeckt, das ist richtig übertrieben. Auf jeden Fall fahren wir erstmal nach Hannover und treffen uns mit Freunden und sehen wir uns davon. So, wir sind jetzt ein Zug nach Bremen im Anschlusszug. Wir müssen noch eine Stunde dreißig ungefähr fahren. Mit ihm, mit ihm, mit ihm, mit ihm. Vor allem würde ich ja gerne ein Ausbild filmen, aber scheinbar wurde, glaube ich, seit 1900, keine Ahnung was, nicht mehr gewaschen. Ey, warte, ich muss das Bild zeigen. Das ist losgegeben. Ich habe gerade ein Bild gemacht. Hä? So zieht jeder seine Jäcke an. Ey, bist du, ich bin voll Idiot. Ich habe richtig Bock auf Bremen. Ey, ich komme in Mercedes, bitte rede nicht. Ich sag nicht so wohl, ich soll nicht wissen, wie spät es ist. So, wir sind jetzt in Bremen angekommen und sind gerade auf dem Weg in die Halle. Die ist ja nur irgendwie zwei Minuten von da, von dem Hauptbahnhof aus. Die werden nur in der Halle sind, oder? Nö. Wir sind jetzt in der Skate Hall angekommen, es ist ein bisschen laut. Und jetzt wird es komplett laut. Auf jeden Fall ist es ruhig so geil, wir sind dann schon ein bisschen gefahren und so. Ja, jetzt kommen erst mal Clips, würde ich sagen. Machen wir erst mal eine Session, wo ich hier auch alles sehen. Also, let's go. So, wir hatten jetzt eine kleine Session, gehen jetzt kurz essen und fahren dann nochmal ein bisschen. So, wir sind jetzt bei Meckes, haben uns so die ein oder anderen Sachen halt gegönnt, ne? Jetzt snacken wir und ja. So, wir sind jetzt wieder in der Skate Halle, habt ihr bestimmt gesehen und zeigen wir euch einfach weiter. Lasst es! Diab! Komm! Yuh! Komm! Yuh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.